Das ist also Ihr Name? James? Nein, Sie kennen meinen richtigen Namen nicht? Wie nennen Sie mich? Was schreiben Sie auf meine Blutproben? Fünf. Fünf? Nichts weiter als fünf? Sein Name ist nicht Fünf, sondern Aaron Cross. Und er hat die schwierige Aufgabe, in die Fußstapfen von Jason Bourne zu treten. Den gibt es nämlich nach drei Filmen nicht mehr. Dafür muss sein Kollege Cross jetzt ran. Ich bin ein großer Fan der Bourne-Filme. Sie erinnern mich an einen Film aus meiner Kindheit. Da macht man gerne mit. Für einen Actionfilm wird in das Bourne-Vermächtnis anfangs sehr viel geredet. Bei einer Laufzeit von über zwei Stunden gibt es dann aber auch nur eine erwähnenswerte Actionsequenz. Der Rest bleibt eher unspektakulär. Die Action-Szenen machen viel Spaß, auch weil sie dich herausfordern. Ich liebe das, diese körperliche Anstrengung. Das Bourne-Vermächtnis punktet mit einem guten Jeremy Renner, verliert sich aber zu sehr in langen Erklärungen. Ein wirklich gelungener Neustart der Reihe ist das nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.